Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch eigentlich geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 39.300 US-Dollar. Was das für uns bedeutet, schauen wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal genauer an, ob wir möglicherweise sogar schon den Boden erreicht haben. Auf jeden Fall, lasst dem Video ein Like, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und heute Abend, ganz wichtig, 19 Uhr, wieder Livestream, schauen wir uns nochmal alles ganz, ganz in Ruhe an, schauen was möglicherweise am Wochenende passiert etc. pp. Okay, gestern war es ein wenig ruhiger, hatte private Termine, habe ich ja dann gestern nochmal in der Telegram-Gruppe gepostet. Ansonsten starten wir wieder heute voll durch. Wie gesagt, momentan 39.230 US-Dollar circa. Ich habe momentan dieses Falling-Redge noch drinnen, beziehungsweise ihr habt es jetzt erstmal drin, nachdem wir hier erstmal auf dem Weekly S1 einen schönen Bounce gehabt haben. Volumen war jetzt nicht wirklich sonderlich gut. Andererseits, wir haben auf dem 4 Stunden, auf dem 8 Stunden, auf dem 12 Stunden und auf dem Daily mittlerweile eine Bullish Divergence. Ich habe ja schon vor zwei Tagen gesagt, okay, auf den größeren Timeframes haben wir schon die Bullish Divergence. Wichtiger wäre aber auch noch auf den kleineren Timeframes, dass wir wirklich diese Trendwende dann sehen könnten erst einmal. Auf den größeren Timeframes ist es natürlich auch wichtig, um das dann ein bisschen längerfristiger zu sehen. Ansonsten, kleinere Timeframes ist halt dann nochmal wichtiger, weil im Endeffekt, wir hatten hier keine Bullischen Anzeichen für diesen Pump. Wenig Volumen, klar, Aeros Eye war unten, aber keine anderen positiven Zeichen. Und jetzt haben wir endlich mal diese Bullish Divergence, die jetzt momentan ein bisschen ausspielt, die aber auf jeden Fall noch Potenzial hat, nach oben hin zu steigen. Wir sind jetzt momentan auf dem 4 Stunden Chart in den 4 Stunden E-Mail Ribbons gefangen, sage ich mal. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal impulsiv auf jeden Fall mal raus, beziehungsweise impulsiv auch durch dieses Falling Wedge Chart Pattern momentan. Wenn man jetzt noch ein bisschen rumgambelt, können wir sagen, okay, wir haben jetzt auch hier so ein kleines Double Button Pattern. Im Endeffekt haben wir einfach so eine kleine Ineffizienz, die geht auf jeden Fall bis zu den Weekly Pivot bei ungefähr 40.300 US-Dollar. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Luft, beziehungsweise auch die Möglichkeit, in diesen Bereich hier vorzustoßen, die E-Mail Ribbons nach oben hin zu verlassen und dann auch einen möglichen Retest zu vollziehen möglicherweise, bevor wir dann mit neuen Schwungen nach oben hin ausbrechen. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist halt so ein bisschen die Zeit im Endeffekt. Wir stehen kurz vorm Wochenende. Wochenende wieder Breakout. Gut, ist möglich, dass wir hier ein bisschen hochballern und dann Richtung Montag vielleicht hier auch so um dieses Breakout dann das 7-E-Gap möglicherweise haben. Ist jetzt ein bisschen Zukunftsgedanken, aber trotzdem müssen wir natürlich alles so ein bisschen im Blick haben. Deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptisch, jetzt so kurz vorm Wochenende nochmal so ein Breakout zu sehen. Ansonsten, wie gesagt, 40.300 US-Dollar. Das ist der Bereich, der momentan zählt, der auf jeden Fall möglich ist. Danach wäre es wichtig, auf jeden Fall ein höheres hochzubilden, die 40.800 rauszunehmen und dann, wie gesagt, können wir relativ flott in Richtung 42K. Das haben wir ja hier oben das Problem gehabt. Die 40.800 wurden zwar immer, also die 40.500 wurden immer wieder ein bisschen durchbrochen mit einem Wig, aber wir hatten keinen 4-Stunden-Close darüber. Und das war das, was so ein bisschen gefehlt hat. Hier drüben auch so ein kleines Void, wo wir einfach durch hätten ballern können. Hat halt das Volumen gefehlt. Auch hier momentan, momentan nicht wirklich viel Volumen im Markt. Fehlt uns einfach. Theoretisch hätten wir ohne Probleme, wenn ein bisschen mehr Volumen reinkommt, locker die Möglichkeit 42, 42.1 locker rauszunehmen, retest und dann nach oben hin zu ballern. Also ich bin da noch überhaupt nicht bearish. Wie gesagt, ich sehe das alles momentan noch ein bisschen neutral. Auch hier die 37K wurden noch nicht ganz angetestet. Wir haben auf jeden Fall noch Luft, dass es nochmal so einen kleinen Week nach unten gibt, um so eine Triple Bullish Divergence entstehen zu lassen. Die Möglichkeit besteht. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, die 37K lasse ich weiterhin drin, weil es einfach auch noch von unserem potenziellen Fonding Wedgets auch nochmal die Möglichkeit ist, dass wir genau hier dann bouncen. Ihr seht hier die Trendlinie, die gelbe, plus die Supportlinie des Fonding Wedges liegt auch hier genau bei 37K. Das heißt, die Chance ist weiterhin gegeben, dass wir nochmal so einen kleinen Retracement nach unten kriegen. Auf diesen Monat ist eins knapp darunter und dann erst wirklich hier im Breakout nach oben hin starten. Trotzdem, die bullischen Anzeichen mehren sich, auch wenn Community-mäßig und so im ganzen Cryptospace momentan die Lage wirklich bearish ist, beziehungsweise die ganzen Leute bearish gestimmt werden. Das sollte uns wiederum aber bullisch stimmen und nicht zu sehr auf jeden Fall unter Druck setzen. Gut, soviel zu Bitcoin. Wie gesagt, heute Abend nochmal ausführlich, 19 Uhr im Livestream. Ethereum hat ein bisschen zu kämpfen mit unserem Golden Pocket. Nachdem wir hier drunter gefallen sind, auch hier, wir hatten unsere rote Linie, die wir hier eingezeichnet haben von unserem Downtrend hier unten, beziehungsweise unserem Abtrend, wurde nochmal gere-testet. Kleiner Wig nach unten, nicht fatal, hatten wir hier drüben auch. Und immer mal wieder so ganz, ganz dünne Wigs nach unten. Wichtiger ist es, dass wir durch das Golden Pocket auf jeden Fall wiederkommen. Die EMA Ribbons nach oben hin auf jeden Fall durchbrechen werden, weil solange wir die EMA Ribbons nicht nach oben hin durchbrechen, sind wir weiterhin im Downtrend gefangen. Kein gutes Zeichen, aber auch hier, wir haben Luft bis ungefähr 2.990 US-Dollar. Auch hier ein Void. Könnten wir durchballern. Schaffen wir dann noch, dieses Hoch rauszunehmen bei 3.036 US-Dollar, wo genau auch das 0,5er Fibonacci Retracement Level liegt, beziehungsweise von diesem Downtrend halt. Dann kann es relativ flott in Richtung 3.160 US-Dollar gehen. Also ihr seht, wir müssen einfach nur dieses letzte Hoch rausnehmen, dann sieht es schon gar nicht mehr so bearish aus. Und wir brauchen halt Volumen. Weil Ethereum interessanterweise viel, viel weniger Volumen, obwohl wir immer sagen, okay, Ethereum performt dann doch immer wieder mal Bitcoin ein bisschen mehr aus. Momentan sogar ein bisschen schwächer. Bitcoin gibt den Ton an, sobald Bitcoin wirklich wieder in Richtung nach oben schießen sollte. Und wir haben jetzt genug Level, die wir antesten könnten in den nächsten Tagen, beziehungsweise werden wahrscheinlich auch die Altcoins extrem nachziehen. Und das erwarte ich dann natürlich auch bei Ethereum. Auch hier Bullish Divergence, das seht ihr eigentlich im Endeffekt überall. Auch hier könnten wir jetzt ein Fawning Vedge einzeichnen. Ich habe sie sich überall eingezeichnet. Stellt euch das bildlich vor, mal es von mir auch aus ein, aber ihr werdet sehen, überall relativ die gleichen Chartpattern. XRP, gleiches Spiel. Auch hier für mich langsam eine Bodenbildung erkennbar. Weekly S2 angetestet. Void hier drüben, wo wir immer schon mal wieder drüber gesprochen haben. Dieses Void wird früher oder später wird es gefüllt. Wurde wieder gefüllt. Plus in vier Stunden die Mahnzone, die wurde auch komplett rausgenommen. Volumen nimmt langsam hier ein bisschen zu. Wir hatten hier auf jeden Fall eine schöne Bewegung gesehen. Volumen ist reingekommen. Bullish Divergence. Was wollt ihr mehr? Also mehr bullische Anzeichen gibt es im Endeffekt nicht. Das hier wirklich jetzt, wirklich kurzfristig, auch wenn es vielleicht nur kurzfristig, aber wirklich immer kurzfristig, eine Trendwende kommen kann. Ripple hat es ordentlich auseinander zerlegt, sage ich mal. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Luft nach unten hin, sage ich mal. Wir haben die Voids gefüllt. Das hier drüben wurde gefüllt. Das wurde gefüllt. Das wurde gefüllt. Jetzt wird es vielleicht auch mal Zeit, die Voids nach oben hin zu füllen. Und da haben wir auf jeden Fall genug Luft, auch für einen möglichen Swing Trade hin aufzumachen. Wichtig auf jeden Fall, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Volumen, so ein richtiges Breakout-Volumen. Einfach so ein impulsives Breakout. Und dann läuft es ganz gut. Schauen wir uns V-Chain an. Gleiches Spiel. Falling Vetch. Bullish Divergence. Überall das gleiche Spiel im Endeffekt. Voids wurden gefüllt. Darüber haben wir hier drüben gesprochen. Das Kleine wurde nochmal gefüllt. Plus hier unten nochmal eine kleine Demandzone angetestet. Also ihr seht, überall sind wir jetzt resettet worden, bilden aber übergeordnet weiterhin höhere Tiefs. Also erst einmal ein gutes Zeichen, dass wir uns hier keine größeren Gedanken machen müssen. Gut. Schauen wir uns zum Schluss nochmal Luna an. Luna pendelt hier momentan ein bisschen seitwärts. Ist leider nicht mehr hier runtergekommen. Aber auch hier liegt weiterhin dieses Void unter uns. Ich würde es langfristig, würde ich es nicht unterschätzen, dass wir hier nie wieder runterkommen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber dieses Void, wir pendeln hier wirklich die ganze Zeit rum. Also das heißt, ein kurzer Breakdown hier runter und wir ballern hier einfach in die 78 West-Dollar runter. Aber gut. Luna shorten macht wenig Sinn. Wir können jetzt auch hier sagen, okay, wir haben jetzt so ein kleines Doppeltop. Trotzdem, Luna shorten ist keine gute Idee. Vor allem, weil Luna sowieso immer macht, was es will. Gut. Schauen wir uns doch ganz kurz die News an. Dieser Krypto-Job ist aktuell besonders gefragt. Also wer schon immer im Crypto-Space arbeiten wollte, schaut euch das an. Wenn ihr vielleicht Krypto-Anwälte seid, werden immer gesucht. Ganz ehrlich, irgendwelche Anwälte, die euch dann rausboxen, weil ihr irgendwelche Steuern herzogen habt, why not? Ne, Spaß. Auf jeden Fall, wie gesagt, heute Abend machen wir 19 Uhr Livestream. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid auf jeden Fall. Wenn wir wieder einen Haufen Altcoin zu besprechen, etc. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Tag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder, beziehungsweise heute Abend, wer alles dabei ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie immer, ciao, ciao. Stay Krypto.